Der Doktor im Lützzerad-Lied gibt drei Bälle der Köln, Tatort, rechtfertigtes Genre des Logowests. Der deutsche Energieübergang hat seinen Schockes, Thriller. Ermittler unterwegs Ballhof und Schenk stellen die Madonna aus der Kirche. Der Rasen vor dem neuen Halbtachhaus ist zu grün, um wahr zu sein. Er ist David Lümgrin und kann ein geschnittenes Ohr in seinem Schatten verbergen. Der Rentner Peter Schnitzler schaut auf manikatösen Rasen aus seinem Haus, von seinem Haus schliesst den Vorhang und trinkt tödlichen Cocktail mit seiner Frau, die bei den Leben ein Ende setzen soll. Die Bar wurden von Märzen nicht nach Neu, 13 gezogen, wo er der Bürgermeister war. Sie viele Opfer das alte Zuhause einer bedrohlichen Gruppe. Aber das Leben ist kein neues Leben mehr in der Retortgesüglich.